Heute werfen wir einen Blick auf die Entwicklungen bei Deere, einem der führenden Hersteller von landwirtschaftlichen Geräten weltweit. Deere & Co. deckt mit seinem breiten Produktportfolio alles ab, was in der Landwirtschaft, im Gartenbau und im Forstwesen benötigt wird. In Bezug auf die Finanzen hat Deere & Co. im vergangenen Geschäftsjahr beeindruckende Zahlen vorgelegt. Der Umsatz stieg auf 55,56 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 47,19 Milliarden US-Dollar im Jahr 1921. Die Einnahmen erreichten 61,25 Milliarden US-Dollar gegenüber 52,57 Milliarden US-Dollar im Jahr 1921. Der Nettogewinn belief sich auf 10,16 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 7,13 Milliarden US-Dollar im Jahr 1921. Die Gewinn pro Aktie verbesserte sich deutlich von 23,42 US-Dollar auf 34,80 US-Dollar. Wenn Sie neben unseren News an weiteren Aktien interessiert sind, dann schauen Sie ganz unten in der Videobeschreibung nach. Dort finden Sie den Link zu unserer Aktie des Monats. Doch trotz dieser positiven Entwicklungen bleibt die Prognose für das Jahr 2024 hinter den Erwartungen zurück. Deere erwartet einen Nettogewinn zwischen 7,75 Milliarden US-Dollar und 8,25 Milliarden US-Dollar, während die Analysten im Durchschnitt 9,33 Milliarden US-Dollar erwartet hatten. Dies hat zu einem massiven Kursverlust geführt. Wie sehen Analysten die Zukunft des Unternehmens? Einige raten trotz der schwachen Prognose zum Kaufen, während andere bei Halten bleiben. Kein Analyst empfiehlt derzeit den Verkauf, was auf ein gewisses Vertrauen in das langfristige Potenzial hinweist. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 427 US-Dollar und das höchste bei 490 US-Dollar. Das Kursgewinnverhältnis von 12 wird als moderat betrachtet, obwohl in den nächsten Jahren laut Gewinnprognosen bis 2026 wenig Wachstumspotenzial erwartet wird. Insgesamt bleibt die Situation bei Deere herausfordernd. Aber es gibt unterschiedliche Meinungen unter den Analysten. Wir wünschen Ihnen eine gute Woche und starke Nerven bei ihren Investmententscheidungen. Das war es für heute von Gewestor täglich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.